Leute, es tut mir leid. Ich möchte mich bei allen aus der LGBTQ plus Community entschuldigen, die ich verletzt habe. Ich möchte mich einfach bei allen entschuldigen. Ich habe meine Karriere verkackt und ich habe sehr viel aus der Zeit gelernt. Falls ihr Probleme mit dem Thema habt, schreibt mich auf Instagram an. Ich brauche noch ein paar Follower reinfolgen. Könntet ihr mir vielleicht verzeihen, damit ich einfach noch mehr Geld machen kann mit Müll im Internet? Bitte. Das ist Miguel Pablos Entschuldigung. Das ist Miguel Pablos Entschuldigung. Ein Haufen Scheiße. Warte kurz. Warte kurz, Leute.